Hallo, hier ist MajorPlay. Südafrika steht heute der Programm, die Spezialfähigkeit mit Nelson Mandela. Die Friedensbewegungen der ganzen Welt stehen hinter dir. Du kannst in jeder Spielrunde den Kampf in einem deiner Gebiete verhindern. Die angreifenden Einheiten bleiben in diesem Gebiet stehen. Beispiel der grüne Spieler greift hier Südafrika in Northwest Russia und in Central Asia an. Südafrika entscheidet sich jetzt für die Friedensbewegung in Northwest Russia. Das ist somit jetzt eine kampffreie Zone und hier finden keine Kämpfe statt. In Central Asia wird ganz normal der Kampf ausgeführt. Während dieser Spielrunde dürfen auch keine anderen Spieler mehr in dieses Gebiet Northwest Russia Einheiten rein platzieren, da es eher eine kampffreie Zone ist. Erst wenn Südafrika wieder an der Reihe ist, ist diese Friedensbewegung aufgehoben und es dürfen wieder Kämpfe in diesem Land stattfinden. Der grüne Spieler muss hier seine Einheiten platziert lassen, so lange bis er an der Reihe ist und seine Einheiten in der Einheitenabziehphase zurück in sein Gästchen ziehen. Das ist die Spezialfähigkeit von Südafrika.